Die CD ist eine offizielle Ausgabe der Schule Nevzorov-Rod-Ecole und stellt die allgemeinen Grundsätze der Ausbildungsmethodik des Pferdes vor. Versammlung, Disziplin, Longieren, Cordio, Tuschieren und Gelassenheit. Die Ausbildung eines von allen schmerzkontrollenfreien Pferdes ist eine wahre Glanzleistung in der Arbeit mit Pferden. Dieser Film lehrt nicht, sondern zeigt die Wirklichkeit und Möglichkeiten dieses Weges. Äußerst schwierige Elemente der alten Reitschulen, wie der ideale Gehorsam und die ideale Versammlung des Pferdes ohne Zaumzeug, Halfter oder andere beliebige Vorrichtungen, all das schien unwahrscheinlich und unerreichbar. Dank der Methodiken der Schule wurde eine Wechselbeziehung zwischen Mensch und Pferd ohne spezielle, schmerzverursachende Instrumente im Maul des Pferdes, ohne Züchtigung und ohne andere Mittel der Einwirkung zur absoluten Wirklichkeit. Es entstand die Möglichkeit, die echte, lebendige Biomechanik der Bewegungen und der komplizierten Elemente der Hohen Schule zu erforschen, die organisch und gefahrlos für das Pferd ist und nicht aufgrund von Schmerzeinwirkungen im Maul des Pferdes durch den Menschen erreicht wird. Die Schule warnt, dass eine selbstständige Nachahmung der in diesem Film gezeigten Übungen und Praktiken erst nach einer grundsätzlichen Einführung in die Erkenntnisse der Schule möglich ist. Jegliche Versuche, die Schulpraxis im Umgang mit Pferden nachzuahmen, ohne die dafür erforderlichen Kenntnisse von der Schule erhalten zu haben, sind für das Leben und die Gesundheit von Mensch und Pferd äußerst gefährlich.